Schön, dass Sie dabei sind bei NZZ Global, dem Auslandsgespräch der Neuen Zürcher Zeitung. Uns gibt es aktuell immer dienstags auf nzz.ch. Ein Vierteljahrhundert nach ihrem Fall ist die Berliner Mauer wieder in allen Köpfen. Natürlich nur im Gedenken an den 25. Jahrestag ihres Abrisses. Wir wollen uns bei NZZ Global heute der wirtschaftlichen Entwicklung des Vereinigten Deutschlands annehmen und dazu begrüße ich Erik Guia bei mir im Studio. Guten Tag. Erik Guia ist Leiter des Ressorts International bei der Neuen Zürcher Zeitung und war zur Zeit der Wende Korrespondent für die NZZ in Berlin. Herr Guia, die Wiedervereinigung Deutschlands gilt als eine der Erfolgsgeschichten in politischer westlicher Hinsicht. Gilt das auch auf wirtschaftlicher Ebene? Ist der Verdauungsprozess abgeschlossen? Ich denke, es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl versprach den Ostdeutschen 1990 blühende Landschaften. Das sah lange Zeit nicht danach aus. Die Arbeitslosigkeit lag sehr hoch, die Unternehmen schlossen reihenweise. Es war eine schwierige Situation in den 90er Jahren. Das hat sich geändert und ich glaube, inzwischen ist das Versprechen der blühenden Landschaften durchaus eingelöst. Wir haben auch eine Grafik dazu vorbereitet, wo wir ein bisschen ins Detail gehen können. Wir sprechen hier vom Bruttoinlandsprodukt und anderen Indikatoren. Wie sieht denn das im Überblick aus? Ja, man sieht natürlich, dass der Aufholprozess gegenüber Westdeutschland und das ist natürlich die Marke, auf die die Ostdeutschen immer geschaut haben, 1991, 1992 ebenso wie heute im Jahr 2014, dass dieser Aufholprozess doch schon sehr weit fortgeschritten ist. Das Bruttoinlandprodukt beträgt zwei Drittel. Das mag auf den ersten Blick nach wenig erscheinen. Erklärt sich natürlich damit, dass in Westdeutschland noch eher die Branchen konzentriert sind, die eine sehr hohe Wertschöpfung haben, zum Beispiel die ganze Automobilindustrie. Aber wenn man sich anschaut, die Arbeitsproduktivität, das war ja ein ganz großes Problem in der DDR, dass die Arbeitskräfte herumstanden, beschäftigungslos herumstanden, weil sie nichts zu tun hatten, weil die Anlagen verrottet waren, weil keine Ersatzteile kamen. Das ist doch schon sehr weit fortgeschritten auf knapp 80 Prozent. Das ist, denke ich, auch schon mal ein sehr guter Wert. Und dann kommen wir zum dritten, zum verfügbaren Einkommen. Das ist natürlich für die Ostdeutschen immer der zentrale Wert gewesen, wonach sie gesagt haben, sind wir Bürger zweiter Klasse. Und sie haben immer gesagt, wir sind es, weil wir nicht so viel verdienen wie die Westdeutschen. Und da sieht man, das verfügbare Einkommen ist inzwischen sogar höher als die Arbeitsproduktivität und das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, die Ostdeutschen werden, wenn man jetzt nur mal die rein materiellen Daten nimmt, sogar etwas bevorteilt. Also auch dort hat der Aufholprozess durchaus stattgefunden. Sie haben es vorher auch extra noch angesprochen, weil es ein sehr wichtiger Punkt ist, die Arbeitslosigkeit. An deren Entwicklung kann man ja auch ablesen, dass es den neuen Ländern definitiv besser geht als noch 1991. Da sieht man sehr schön, wie die Arbeitslosigkeit markant nach oben schoss in Ostdeutschland Mitte der 90er Jahre. Das war eben diese schwierige Phase, in der reihenweise die Unternehmen zugingen. Auf diesem hohen Wert verharrte sie dann sehr lange bis Mitte der 2000er Jahre, um dann doch inzwischen deutlich herunterzugehen. Sie ist immer noch höher als in Westdeutschland. Aber man sieht doch auch, dass diese extreme Diskrepanz, wie sie vor 10, 15 Jahren herrschte, dass die unterdessen vorbei ist. Jetzt sagen einige Ökonomen, mehr ginge gar nicht. Teilen Sie diese Meinung? Ich glaube, diese Meinung ist sicher richtig. Es ist sehr, sehr viel erreicht worden in den letzten 25 Jahren. Es hätte sicherlich im Einzelfall etwas besser gemacht werden können. Man hätte auf manche Subventionen in Ostdeutschland verzichten können. Da ist auch viel Geld falsch eingesetzt worden. Aber insgesamt hat die Wiedervereinigung und der Aufholprozess funktioniert. Wir haben auch diesmal über Social Media Fragen zu Fragen aufgerufen und da sind folgende gekommen. Die Frau Regula Stampfellbach wollte via Facebook wissen. Das Unrechtsregime der SED scheint weitgehend vergessen. Angesichts der Tatsache, dass die SED-Nachfolgepartei Die Linke wohl bald einen Ministerpräsidenten stellt, verharmlosen wir da nicht die Verbrechen der kommunistischen Machthaber. Ich glaube, Deutschland hat sich sehr ausführlich mit den Verbrechen der SED, mit den Verbrechen der Stasi auseinandergesetzt. Es gibt bis heute die Stasi-Unterlagenbehörden im Bund und auf Landesebene. Es findet in den Medien immer wieder eine Diskussion statt. Ich glaube also nicht, dass man sagen kann, dass die Auseinandersetzung nicht stattfindet und ich glaube auch nicht, dass man sie daran festmachen soll, ob jetzt die Linkspartei in einem Bundesland den Ministerpräsident stellt. Denn die Linkspartei ist an der Macht in Ostdeutschland, in den Bundesländern seit 1994 regelmäßig vertreten. Wenn also ein Sündenfall passierte, dann ist der schon vor sehr, sehr langer Zeit passiert. Ich denke, das ist jetzt einfach ein Normalisierungsprozess in der ostdeutschen Politik. Vielen Dank, Herr Riguja, für Ihre Einschätzungen auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Ihnen danken wir fürs Zusehen und hoffen, Sie sind nächsten Dienstag wieder dabei bei NZZ Global. Musik Musik Musik